Willkommen bei der Firma SPM Mineral Processing hier in Oberweiß bei Gmunden, einem der Marktführer für Beton-Nischtechnik und Ausbereitungstechnik. Wir suchen für unser tolles Team eine ständige Erweiterung, nicht nur hier in Oberweiß, sondern auch in Lietzen in der Steiermark. Damit Sie sich davon selbst ein Bild machen können, wie es bei uns ist, fragen Sie am besten unsere Mitarbeiter. Die Firma ist sehr spontan, was Innovationen betrifft. Das tolle Betriebsklima, eine offene Fehlerkultur, Personalentwicklung. Es wird auf die Mitarbeiter eingegangen, das heißt, man kann auch seine eigenen Ideen einbringen. Viel zu reisen, in andere Länder zu kommen, andere Kulturen kennenzulernen, das macht es eigentlich spannend und eigentlich jeden Tag eine neue Herausforderung, die auf uns wartet. Das gemeinsame Mittagessen. In der Bauplanung kann ich mich richtig verwirklichen. Das ist einfach ein vielfältiges Spektrum, was unseren Job im Vertrieb sehr interessant macht. Bei der SPM kann sich jeder entwickeln, jeder kann seine Stärken verbessern. Auch der Frauenanteil bei uns ist mittlerweile gegeben und das freut uns sehr. Der Kunde sieht, man ist zufrieden, man freut sich und es ist schön, wenn man das sieht. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der uns im Team unterstützt. Wir sind sehr guter Dinge, auch der nächsten Jahre. Die Auftragsbücher sind voll. Attraktive, familienfreundliche Firma. Das zeichnet uns aus, das macht uns stark und auf das sind wir auch sehr stolz. Die Auftragsbücher Untertitelung des ZDF für funk, 2017